Ich habe was an meinem Texture Pack geändert, eigentlich nur weil ich euch das mal zeigen wollte, weil ich habe bei einem kleinen Ami-YouTuber so ein, ich sag mal so ein Secret Texture Pack entdeckt und das ist so heftig, guckt euch allein mal die Schwerter an, hier das Steinschwert, alter Schwede, der Bogen und hier das Holzschwert, übelst fette Animationen, also so Texture Packs mit Animationen sind ja eh relativ selten, also das ist echt so ein mega geiles PvP Texture Pack. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020